Liebe Schülerinnen und Schüler, mein Name ist Dr. Dr. Gerd Mittring und ich bin der elffache Rechenweltmeister. Diesmal gibt es wieder einen neuen Rechengriff. Es geht um die Modifikation zweistelliger Zahlen mit 11. Zweistellige Zahlen, kein Problem, das sind Zahlen zwischen 10 und 99. Wir geben ein Beispiel. Hier in diesem Beispiel sollen die Zahlen 26 und 11 miteinander malgenommen werden. Das Ganze erfolgt in drei simplen Schritten. Ihr werdet erstaunt sein, wie einfach diese Schritte sind. Wir fangen mit dem ersten Schritt an. Wir schreiben einfach die Einerstelle der 26 ab. Die 6 ist zugleich die Einerstelle der Lösung. Schritt Nummer 2. Wir addieren die Zehner und die Einerstelle der 26. Also 2 plus 6 gleich 8. Die 8 dürfen wir hier neben die 6 schreiben. Also die Zehnerstelle der Lösung. Schritt 3. Ganz super einfach. Nur einfach abschreiben. Die 2 der 26 wird hier neben die 8 geschrieben. Und somit finden wir als Lösung der Rechenaufgabe 26 mal 11 den Wert 286. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.